hallo und herzlich willkommen zur gilt wars 2 in den vernebelten käsakshügel dahinter ist irgendwie alles benebelt keine schöne weitsicht das wetter heute neblig könnte sogar regnen so ok also käsakshügel was fehlt uns herzchen normale weg mal normale sehenswürdigkeit fehlt eine fertigkeitsherausforderung fehlen zwei und aussichtspunkte fehlt eine so und das möchte ich wenn es geht hoffentlich in der folge okay ist eine fertigkeitspunkt und ach da hinten ist auch noch was da da ist noch ein fertigkeitspunkt ja und die ist noch mal auch stimmt ja das ist dieser ach ich musste wieder besuchen ich muss sie doch wieder besuchen aber zuerst hole ich den fertigkeitspunkt hier und wenn ich diese aufgabe erledigt habe muss ich mich natürlich ausruhen ihr wisst hoffentlich was okay gut das heißt ihr ach ich freue mich schon ich habe ihren arme vergessen aber das ist nicht so wichtig an die nacht kann ich mich trotzdem erinnern an die hungrige ach ja war das schön und kommt jetzt bloß nicht mit dem typisch mann ja mann so müssen wir doch auch sein sonst werden die menschen doch schon längst ausgestorben wenn wir männer nicht zu werden so dass ich irgendwas moment wieso zeigt das hier so komische zwiebeln ach so auf der kleine karte zeigt das an ob ob wir zutaten und unterwegs finden das ist ja super die armani die oder wie heißen die die arati ja die lasse ich in ruhe ich habe aufgaben zu erledigen aber ich muss irgendwann mein video sehen ich weiß nämlich nicht mehr wo diese zwei veteranen waren die ich frei gelassen habe die mich dann bekämpfen wollten was war das ich will euch nicht antun lasst mich in ruhe ich habe andere sachen zu erledigen hast mich mit euch gerade die zeit zu verplempern also wirklich banditen vorräte erworben ja ich also ja hier muss ich hin ja die herzchen haben alle schon und die müssen wir nicht machen den schüsseln nehmen wir natürlich mit so ja die herzchen haben alle schon was war das wer greift mich da an gibt es doch gar nicht vergleich mich da an feuer damit da gibt es doch gar nicht gibt es doch gar nicht bam auf und funkelnde staubs der war doch durchsichtig so und soviel ich weiß befindet sich der punkt soweit ich mich noch erinnern kann irgendwo da unter dem berg so ja jetzt bist du fällig kiesel so jetzt gibt es noch mal eine schüssling wieder eine errungenschaft mehr ja ja genau wenn das so weiter geht werde ich doch noch noch ein level kriegen hier so und hier fliegt so gut was willst du denn entschuldigung dass ich dich hier gestört habe aber so das gibt es doch gar nicht hey so ach man ey tja das war es dann wohl ich bin hier tot stirb doch endlich ja das war jetzt natürlich nicht so ganz geplant vorratsbeutel ja so ganz geplant war das natürlich nicht dass sie gleich zwei auftauchen das heißt aber dass wir dass die auch trotzdem ziemlich hart werden können ja warum gehst du dorthin haben die ein bisschen intelligent zugeworden ich bin ein beweger das scheint ein bisschen intelligenter zu sein genau so und jetzt stirb schon Zustand okay und da müsste der Kollege sein der mir diese Fertigkeitspunkte geben will wer stellt sich hinter mir wie passt du da rein auch keine Hilfe stopp artnäckig die sind okay naja ich weiß das letzte mal bin ich hier ganz schön auf die Schnauze geflogen ja komm schon na komm schon na die verstecken sich da ja unten da passt nicht mal nicht dran wo ist der andere wolltest du Hilfe holen oder wie so der wollte wahrscheinlich wirklich Hilfe holen veredelte rustikale Anschuhe fünf Kraft ein kritischer Schaden und eine eine Rune des Lebens die ich aber wahrscheinlich jetzt nicht habe diese Rune des Lebens nein habe ich nicht was ist hier drin wollreste lagern lagern ich tue erstmal alles lagern denn vielleicht brauche ich Platz so Butter auch das will ich lagern Kiesel ja Kiesel Trophäe ja was ich damit machen werde ja ich werde es wahrscheinlich wegschmeißen so da seht ihr noch einmal leer doch gar nicht der hat doch nur Leben der hat doch nur Leben gehabt so okay was haben wir noch da haben wir noch eine und da haben wir noch eine so die müssen wir wahrscheinlich zuerst kinnen so und jetzt hier so so der ist weg da habe ich nicht aufgepasst da kann ich nichts machen da habe ich nicht aufgepasst shit da kann ich nichts machen ja da habe ich nicht aufgepasst und dann hat er sich da was unter mir gebildet und da war es schon zu spät als ich weg wollte war ich schon da hin na super okay das heißt also wieder starten und wird sofort geschmissen was heißt geschmissen der wird sofort nach mir geworfen das stimmt doch schon ja ich kriege sehr viele so solche sachen vielleicht sollte ich mal mehr anwenden und dann komme ich vielleicht auch besser durch ich will es nur schießen na gut dann schieß weiter mehr werden kommen mehr werden kommen ja silbererz sehr gut okay ich weiß nicht ob ich das diesmal schaffe also keine hilfe du brauchst eine lösung ich muss ein bisschen besser aufpassen beweg fände dich doch so so und weg mit euch gibt es doch gar nicht so puh das war jetzt wieder knapp gibt es doch gar nicht so was wir denn das spawner hatte die haben das global nix da so neuer siegel von kurzer da ach ne das sind sie schon wieder alle okay so nein 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 komm schon komm schon und weg nein 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 nix da ach nö das gibt es doch gar nicht gar nicht atmen keine chance keine chance so okay ich versuche es nochmal obwohl die alle schon wieder da sind gibt es doch gar nicht so map wo gibt es eine nächste stadt wo ich was reparieren kann da hinter nein auslager da gibt es nichts hier wahrscheinlich oder eine gute frage aber ich würde trotzdem gern upsala ich würde trotzdem gern den noch bekommen obwohl ich wahrscheinlich schon mal mit meiner rüstung total schwächle schwächle so upsala so habe ich mir gedacht ich habe fast gedacht wo ich gesprungen bin und gedacht oh man ey bestimmt springst du gleich in eine rein so durchsuchen durchsuchen lauter kiesel ja und das sind sie jetzt schon wieder alle das ist natürlich nicht so gut okay so 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 und ich will nicht dass ihr mich umschmeißt so 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 durchsuchen 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 okay schnell lagern so und ja ich weiß es ist bestimmt schon wieder alles voll so 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 tötet aber der war so so Nein, nein, nein. Das wird wieder nichts. Na, komm schon. Weg. Ach, Mann, ey. Ich war doch außerhalb. Ich war doch außerhalb. Den hier. Zerstören. Ich bin der Fall doch außerhalb vom Kreis. Ja. So, eigentlich. So, kann ich mich hier heilen? So, wie es aussieht, kann ich mich hier heilen. Okay. Ach, Mann, ey. Gibt es doch gar nichts. Ja, ich weiß, die geht ziemlich schlecht. Ja, Leute. Puh. Ach, nein, nee. So, ich möchte eigentlich gar nicht in den Nachkampf rein, aber... Ach, nee, schon wieder... Das gibt es doch gar nicht. So viel ich weiß war, die doch tot. So, und jetzt weg hier. So. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und weg. So. Gibt es doch gar nicht. So. Nein. So. So. Weg. Boah. Das gibt es doch gar nicht. So. 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 Schaffe ich das? Schaffe ich natürlich nicht. Mit der Dunstform vielleicht da bauen. So. Aber bis ich wieder lebendig bin, sind die schon wieder alle da gespawnt. Und ich werde nichts machen können. So. Okay. Nein. So. So. Und tschüss. Das wird aber hartnäckig, dieser Kampf. Und weg. Oh, das sind ja noch mehr. Nein, 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 nein. Ich möchte dich hier nicht haben. Nein, 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 nein. Ja, schnell weg. Und eilen. Och, nein. So. Nicht genug Energie. So, wow. Das war jetzt. Ach, nö. Was wollt ihr denn? Nein, ihr sollt sterben. Gibt's doch gar nicht. Wie viele denn noch? Wie viele denn noch? So. So. Wow. Wow. In der feuchten Höhle versammelt sich die Anführer der Zentaunerstämme, um ihre bösartige Angriffe zu planen. Menschliche Schäden, Drohnen und Spießen bezeugen stummende Erfolge ihrer früheren Pläne. Halt mir diesen Ort der Macht Zwiesprache. In der feuchten Höhle. So. Das war jetzt eine. Das war eine Geburt. Gut. Sonst hier gibt's nichts mehr. Nein. Jetzt aber raus. Oh. Auch wenn ich mich nicht da... Das war eine Geburt, ja. Okay. Nein. So. So. Kein schöner Atme. So. Das war erst mal das eine. Der war artnäckig. Und ich bin jetzt leicht drüber. Schon schießen die auf mich. Nein. Soll keiner helfen. Ich will jetzt hier zur Wegmarke. Und dann war's das erste Mal. Das war ein Kampf. Okay. So Leute. Hier mache ich eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin. Ciao, ciao. Ciao.